So ja so, so ging das in New Frontier MNC6 so live angezockt, so Part 3 halt. So, ist halt der Ende von der Demo halt. Ja, cooles Spiel, mein Fazit, ja. Kann man eigentlich zocken so. Wurscht nicht, dass so Quicktime-Events-Dinger da stehen. So, da kannst du mal hier rumlaufen, halt. Aua, scheiße hier. So, man kann sich sogar bewegen hier, das ne war. Ja, wie bei dem Batman. Sonst gibt's ja nur so Quicktime-Dinger, wo man überhaupt sich überhaupt nicht bewegen kann. Ah nein, da gibt's Scheiße, ja. So ja. Ja, alles interessant, komm los. Aua. Schöne Matratze, holen wir. So schön, äh. O, schöne Matratze, jetzt komm los. Aua. So schön. Komm, mach mal viermal. Lassen wir mit zu? Komm mal auf jange her, bis zu kurz. Wo ist dein Gasgönig zu sein? So. 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 Not enough. Gabe. Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe. Stay close to Javi. Got it? Got it. Oh, all right. Mit ihr Bock, eh? Was noch? So, das war The Walking Dead, eh? Alles klar. New Frontier. The Walking Blade. New Frontier. So. So. Alles klar. Gut. Summer. Ja.